Ich arbeite gerne bei Asklepios, weil ich hier erkenne, dass bei überzeugenden medizinischen Konzepten große Investitionen möglich sind, mit denen hochmoderne Medizin über viele Jahre langfristig möglich ist. Dieser Wechsel zwischen stressigen Situationen, zwischen vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern, interdisziplinäres Arbeiten, das fasziniert mich und das macht richtig Spaß. Ich mag den Schichtdienst. Mir gefällt es einfach, dass ich einfach in der Früh mal um sechs anfangen kann. Dafür habe ich um 14 Uhr schon Feierabend. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort im Krankenhaus zu arbeiten, als da, wo das Leben beginnt und wo Familien glücklich sind, wo Babys auf die Welt gebracht werden. Also der Job hier als Betriebselektriker ist unheimlich vielfältig. Wir haben hier von Kleinspannung bis Großanlagen alles drin. Wir sind innovativ, also EDV oder LEDs, also alles auf dem neuesten Stand, gerade jetzt, wo wir den Umbau haben. Ja, und das ist auch immer neu für uns. Also wir bilden uns hier auch immer weiter mit unserer Tätigkeit. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, weil es jeden Tag irgendwas Neues und als Arzt einfach durch die neue Technik, es entwickelt sich einfach immer weiter. Das heißt, jedes Jahr kommt irgendwas Neues dazu. Mit neuen Techniken kann ich einfach mich weiterentwickeln und das macht einfach Spaß. Also ich habe fast eine romantische Beziehung zur Pflege. Meine Großeltern sind beide gepflegt worden und sie sind beide sehr gut gepflegt worden. Das hat vielleicht in mir was ausgelöst. Man hilft Menschen, man rettet Menschen, alles drum und dran. Und diesen alten Ruf, den man hat von, ich sage jetzt einfach mal, Bettfang-Genleur oder Arscherputzer, das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Wirklich, also ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie in so einer kleinen Diätküche zu stehen oder nur Beratung machen beim Patienten oder so. Ich mag da total gerne so diese, jeden Tag was andere, diese Großküche einfach mit den verschiedenen Leuten, diese verschiedenen Kulturen und das ist einfach spannend, jeden Tag. Zufriedenheit in meinem Job ziehe ich daraus, wenn mir viele meiner Patienten am Tag gesagt haben, dass es ihnen nach der Behandlung etwas besser geht oder Schmerzen gelindert sind. Mir persönlich ist es ganz wichtig, etwas Existenzielles zu tun und das jeden Tag. Ich möchte auch sehen, dass meine Arbeit einen Wert hat und natürlich ist es auch schön, wenn sich ein Patient bei mir bedankt oder Angehörige bedanken und ein ganzes Team sich bedankt und auch sagt, dass wir das zusammen als Teamleistung geschafft haben. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann kann man nicht mehr damit aufhören, kann man so fast sagen. Ja. 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 Ja.